Musik Das Ziel ist, die U-4-Led und unterstützt von NATO-Headquarters und die Polizei, ist es zu suchen für Informationen und Informationen in support des Arrestes für Menschen in Wurzeln. Das ist speziell in connection mit der Support Network für Radovan Karadich. Das sind die Folien, die mir bis heute gibt. Ich habe keine anderen. Ich weiß nicht, dass ich sie nicht sagen kann. Nein, wirklich nicht. Diese Operation ist nun nun geschlossen, und wir möchten die Familie bedanken für ihre Hilfe über die ganze Forschung. Wir sehen auch bestimmte Sachen und Materialien, und diese Sachen werden später verwendet werden. Und was wir können sagen, ist, dass diese Sachen auf private property und so we can't discuss them in public. U4 sieht diese Continued Operations als vitally important in order to ensure that we can bring persons indicted for war crimes to justice.